Der Lightsaber ist ein Lichtstab, um die kreativen Grenzen von Fotografinnen und Fotografen zu erweitern. Der Lightsaber wurde speziell dafür entwickelt, um Lightpainting-Fotografien mit Hilfe von Langzeitbelichtung zu erstellen. Mit seiner hochwertigen LED-Technologie können in jeder Umgebung einwandfreie Lichteffekte für Fotografien erzeugt werden. Grund dafür ist der eingebaute Minicomputer, der Raspberry Pi. Mit seiner enormen Flexibilität und Leistung versorgt er den LED-Streifen durchgehend mit Strom, gibt die Kommandos an die LED-Lichter weiter und macht es möglich, den Lightsaber kompakt und leicht zu gestalten, ohne dabei auf die erforderliche Technologie zu verzichten. In unserer speziell entwickelten App können Sie die LEDs des Lightsabers präzise steuern und atemberaubende Lichteffekte und Animationen erstellen. Unsere innovative App bietet Ihnen eine Fülle von Funktionen, um Lightpainting-Kreationen mit Hilfe des Lightsabers auf ein neues Level zu bringen. Mit der App können Sie die Helligkeit der LEDs einstellen, verschiedene Animationen und Effekte konfigurieren und diese Setups als Presets abspeichern. Aber warum jetzt dieses Projekt? Wir wählten dieses Projekt, da wir von der Idee begeistert waren, den immensen Nutzen für Fotografieprojekte unserer Mitschülerinnen und Mitschüler erkannten und es auf dem Markt bis jetzt kein vergleichbares Produkt gibt. Der Unterschied zu herkömmlichen Lightpainting-Tools ist der eingebaute Raspberry Pi. Durch diesen sind unzählige Konfigurationen und die stetige Weiterentwicklung unserer Sichtschmerz möglich. Mit einer Reihe von Effekten und über 16 Millionen Farben sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Hallo, mein Name ist Marlene. Ich bin für das Corporate Design zuständig und unter anderem auch für den Videoschnitt. Hallo, mein Name ist Divya und ich bin für die Erstellung des Prototyps und für die Programmierung der App zuständig. Hallo, ich bin Verena und ich bin Lightsaber gebaut und im Raspberry Pi konfiguriert.